Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ja, in der letzten Folge haben wir leider nicht so schöne Szenen miterleben müssen. Ähm, wobei ich gerade etwas entsetzt bin, weil jetzt, wo ich mich wieder eingeloggt habe, der Rücksitz leer ist. Wo bitte ist jetzt die Leiche von unserem Freund hin? Muss ich das verstehen? Ach, wir können ja noch Sachen einsammeln. Ist das auch zum Einsammeln? Hallo, nimmst du das mal? So, okay. Da hinten ist auch noch was. So, kann ich denn jetzt nicht mehr laufen? Was ist das denn jetzt auf einmal? Hm. Oder ich darf nicht laufen, weil ich ja jetzt diesen Splitter, sag ich mal, im Kopf habe. Das kann natürlich auch sein. Okay. Dann werden wir mal schauen, wo wir jetzt hin müssen. Gehen ins Zimmer 204. Wie kommen wir jetzt zum Zimmer 204? Oben, unten, links, rechts? Oben, so wie es aussieht. Kann man ja noch was einsammeln? Das sind nur so komische Automaten, wo man anscheinend irgendwas mit machen kann. Spielen oder so. Hier ist auch nichts mehr. Ei, ei, ei. Ach so. Nein, ich weiß, warum ich nicht mehr laufen kann. Äh, das ist ja doof. Äh, ja. Ich hatte ja, bevor ich mich ausgelockt hatte, äh, hatte ich ja den Hinweis bekommen, dass ich zu viele Sachen mit mir rumschleppe. Die Aktion gesch... Ach so, ich kann nichts ausziehen. Äh, ja toll. Ich komme aber jetzt definitiv nicht zurück. Also ich kann jetzt wirklich nur hoffen, dass ich es so weitermachen kann. Ansonsten habe ich echt ein Problem. Ei, ei, ei. Ich muss nämlich irgendwie zwischendurch noch nach Hause und die Sachen loswerden. Es sei denn, dass ich irgendwie von unterwegs vielleicht darauf zugreifen kann. Ich habe keine Ahnung, ob das möglich ist. Boah, das ist ja lästig. Das ist ja ähnlich wie bei Coden. Das habe ich da schon total gehasst. Deswegen habe ich das immer ausgeschaltet. Im ersten Moment habe ich echt gedacht, das wäre jetzt mein Freund. Okay. Okay. WMS. N54. Even a Pirate Networks. You blowing up everywhere. And the Jackster? He out in the car? The murder of Arasaka Corporation CEO Yeah. Don't care to know how Jacky is? Tell. You best watch it. Led out in the backseat. Dead. Well, I'm sorry to hear that. Meinetwegen? Nicht überlegen, handeln! Das hört sich logisch an. Kann ich nicht einfach hier eine Dusche nehmen? Kann man das nicht zumachen? Na gut, ich meine, das Gesicht reicht wohl, wenn wir nur das Gesicht machen. Oh! Ja, den Spiegel einschlagen könnte ich auch, aber wir wollen ja erstmal nur das Gesicht waschen. Und die Hände nehme ich an auch. Nein, wir schlagen hier gar nichts ein. Äh, da. All right, dann. Can't risk it, V. Remember our first convo? Dex! What the fuck? Chosen the quiet life after all. No blaze of glory for me. Was ist das? Ich meine, es hätte mich jetzt gewundert, wenn das jetzt einfach ausgewiesen wäre, weil, ja, ich habe ja nur der Story gefolgt, aber was ist denn das jetzt hier für eine Scheiße? Also, offensichtlich spiele ich jemanden komplett anderen. Geh weg da. Ich spiele einen Mann, okay. Das sah so ein bisschen aus wie Keanu Reeves. Geh mal weg da. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll, aber... Nimm das Mikrofon, okay. I'm here to say goodbye to all of you. Okay. Was war das jetzt für ein Quatsch? Ich weiß ja nicht, worum es geht. Worum geht's denn jetzt hier? Ähm, darf ich mich auch irgendwie bewegen? Nö. Okay. 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 Spirits are on fire, Pacificus cut off, shut down. ABCs on the streets of Watson. Sons of bitches! Skullcrackin' out there, dead us? Johnny's idea. Weyland's drawing Arasaka's attention away from the tower. Collateral damage part of the plant too? This is the Cub Scouts, Thompson. Chew it up, spit it out. Ja, kann ich jetzt hier irgendwas machen? Nö, ich muss warten. Wie lange dauert es das, bis der endlich mal gelandet ist hier? No Entry? Äh, da steht No Entry. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Oh. Feuer! Feuer! Okay. Also, ich kann leider nichts machen. Ich kann nur ranzoomen. Achso, der! Ich dachte gerade, ich bin runtergebracht. Okay. Ein bisschen kompliziert, wenn der mal nach rechts wegdriftet, aber... Die sind dahinter, oder? Nö, 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 nö. Nein, die habe ich so... Achso, das steht nur noch da. Ja, guck mal. Kann ich sagen, die habe ich doch gerade noch erledigt hier. Da war manch jetzt keins mehr eben. Hallo? Kannst du mal ein bisschen besser... Ich kann ja gar nicht da drauf zielen, jetzt. Nö, da steht irgendwie dahinter. Den erwische ich so nicht, aber jetzt. War es das? Ja, ne? Ja, ne? Sieht so aus. Okay. Ja, dann warten wir doch eine halbe Stunde, bis der da mal gelandet ist. Oder auch nicht. Kann ich hier auch... Nee, mit dem kann ich nicht hacken? Okay. Ja, dann... Geh doch mal rein. Oh, das war ein Bein. Ich wollte gerade schon die Waffe einsammeln. Aber anscheinend kann man von denen nicht wirklich was einsammeln. Oh, das war ein Bein. Irgendwie sind die ziemlich schnell kaputt hier. Das bin ich so gar nicht gewohnt. Was ist denn das hier? Geh doch mal weg. Sind das die einzelnen Körperteile? Oder was? Wollt ihr mich verarschen? Wo müssen wir denn hin? Hier hin? Äh. Ja, wie? Fight, fight, fight. Wen soll ich denn da anvisieren? Oh. Cool. Okay. Platziere die Bombe im Aufzug und mache sie scharf. Ja, kann ich den jetzt öffnen? Nö. Muss ich da drauf schießen? Was soll ich das wissen? Moment. Ach so, der Aufzug. Äh. Okay. Verlasse den Aufzug. Ach so, wir sollen warten. Äh. So, zerschieße die Aufzugmechanik. Da oben das Rote? Oder was jetzt? Ja. Okay. Äh. Ich muss noch was erledigen. Ich brauche deine Hilfe bei etwas. Ja, keine Ahnung. Ich sag mal Hilfe. Keine Ahnung. Berichterug. Wo steht denn die? Oh, hallo? Oh, hallo? Wann da nicht noch einer? Wo kam der denn jetzt her? Komm. Komm. Hat der mich jetzt gerade erschreckt. Ich war jetzt irgendwie voll der Meinung, dass der von rechts kam. Ich weiß auch nicht. Ähm, okay. Neutralize. Was? Hinter mir war jetzt aber keiner, ne? Okay. Und jetzt? Der scheint irgendwie übermächtig zu sein oder so. Oh, hallo. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was sind die Spider spinn? Es ist Zeit, wir haben die Flüge. Danke, Marfa. Ich weiß nicht. Für... Waffe. Wir haben TV. Wir schauen. Geh, jetzt. Auf Wiedersehen. Der Versuch in Arasaka ist. Die Evacuation ist aufgerufen. after an unidentified terrorist organization released a manifesto threatening violence. The terrorists stating their desire to quote unquote topple a monument to corporate colonialism. Night City's mayor Mbole Ebonique has issued a statement declaring that he will bring the full force of the law to bear in response to any act of terrorism. Going now to our reporter on the scene at Arasaka Tower. Hopefully he can shed some light on the situation as events on the phone. Okay. Au. Die habe ich schon fast mit so was gerechnet. Oh. Okay. Den Namen habe ich schon mal gehört, oder? Äh. Okay. Geh hoch. Los. Ey. Dumme Schlampe. Nimm der jetzt die Waffe auch mal, oder? Und schade nicht. Bin ich jetzt wieder ich? Ne, anscheinend nicht. Werde ich überhaupt jemals wieder ich? Gonna give good cop over there a chance to say something? Come on! Which terrorist organization do you belong to? How did you acquire fissile material? Hey Gramps, I know you! Jürgen, du siehst du hier. Gut und weg. Mein Mann hat in der Tauern sterben. Aber es gibt keine Schmerzen. Ich wollte ihn nicht sterben. Warum hast du das gemacht? To bring an end to the madness, you weak. Ja, da wir jetzt anscheinend wieder Wir selber sind, vermute ich mal Ich kann leider nicht ins Inventar gehen und nichts Würde ich sagen, dass wir hier erstmal Einen kleinen Cut machen Reden kann ich auch nicht mehr, meine Stimme hat mich verlassen Und dass wir dann in der nächsten Folge Wieder mit unserem eigentlichen Ich weitermachen Bis dann, ciao